Stirbt noch einer? Wird er eher wach oder ich? Ich bin gespannt. Jetzt chartet der Heli, um seine Mates zu retten. Oh, der lebt noch und der haupt mich weg, weil ich keine Ahnung hab, wo er steckt. Fuck this shit. Ah, guck mal, guck mal. Sicherheitsfeuer vom Heli, er sagt, er lebt noch, helft mir, ich hab Schiss. Check. Das ist schon mal gut. Da hat also jemand mächtig Bammel. Und da haben wir ihn. Ja, da haben wir ihn. Komm. Oh, bitte nicht, jetzt wackeln, Alter. Bitte nicht, bitte nicht. Nein. Jungs, ihr wollt mich Stream snipen und ihr verwagt so kläglich? Junge, 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 ich bau das ganz auf. Da kommt der Sicherheitsfeuer vom Heli, weil er wieder Schiss hat. Das Problem ist, ich habe jetzt Zombie Agro. Gerade gezogen vor einer halben Sekunde. Ich könnte mir hier den Sieg nehmen. Ich denke mal, hier hinten haben die geilen Sitzen. Beim Loch bin ich gleich, ey, einfach tot. Wie geil ist das denn alles? Da kommt eine ganze Armee. Eine ganze Armee will mich umhauen. Den Anführer knall ich erst mal mitten ins Gesicht. Und ein treuer Bimbo rennt hinterher und sagt, Scheiße, Mann. Was mache ich denn jetzt? Und die beiden im Heli, ey, warum erledigt ihr den denn nicht? Das ist doch nur einer. Das ist doch nur ein Mann. Hau den doch weg. und bei meiner Geht um eine Janeiro zu innebauen, ich glaube es hilft. und bei meiner Familie in mir, Jetzt oder nicht? Verschieben wir das ganze mal? Ich mag ja nicht so Büsche und so, da bin ich ja kein Fan von. Ich bin ja eher Fan von coolen Kämpfen mit Chakalakalakainyu. Unser Turm wohnt jetzt auch? Kein Problem. Die machen schon was ich will, keine Sorge. So, Distanz ist da. Baah, mein Blut, das ist echt elkerlich. Schaffe ich's über das Feld? Never give up. Never surrender, ladies and gentlemen. Das ist wenn die Situation noch so ausweglos ist. Mutanten links, Zombie Mitte. Gehen die oben. Kämpfe bis zum letzten Tropfen. Ich bin gar nicht mehr da hinten. Schießen die auf den vielleicht? Vielleicht schießen die ja auf den. Das ist natürlich auch möglich, ne? Wird die gar nicht zusammen gehören? Wann dann zwei Truppen unabhängig voneinander hier unterwegs waren? Das wär ja auch der Hit. Treffen dich zwei Stream Sniper. Hast der eine zum anderen, ey. Du Opfer. Hast der andere. Du Opfer. Du Opfer. Jetzt kämpfen sie da. Ich sag ja auch, haut rein Jungs. Habe mir die beste dein Leben gerettet, wa? Würde ich mal so behaupten. Oho. Agro. Oho. Wenn der Zombie rennt und der Heli nicht pennt, dann haben wir ein Problem. Die bekämpfen sich da wirklich, Junge. Ich glaub es nicht. Ich glaube. Zombie. Meiner. Fragezeichen. Aggro. Ich. Definitiv. Oho. Lauf. So. Ihr Guten. Ihr Lieben. Wir müssen uns jetzt voll fressen. Dazu sind wir natürlich in der perfekten Stadt. Nämlich in Wladimir. Mehr essen findest du nirgendwo. Wenn du ein bisschen Glück hast. Anscheinend hier gerade nichts. Zombies sind nicht zu sehen. Krankenhaus. Sieht leer aus. Da gehts davon los. Was? Meinst du? Ich gebe auf, Mann. Leben nicht. So ein paar billig Bitches da. Wieder noch fertig heutzutage, oder? Dürfen wir halt nur jetzt keinen Fehler machen. Das ist der große Fehler. Ein kleiner Fehler. Ein Hit vom Zombie und Ende. Spannender was. Warum? Ich bin nicht infiziert, oder was? Ich verliere Leben anscheinend. Loben tu ich definitiv nicht. Egal. Jungs, wir haben alles probiert. Die Leute aus dem Chat schreiben schon GG. Weil sie wissen. Also das war der, den ich vorhin getötet habe. Schreibt GG. Er weiß Bescheid. Also die gucken definitiv zu. Also die gucken definitiv zu. Ich hab acht Schüsse im Mac. Du hast mich. Ach guck mal hier genau. Stimmt. Wo ist denn meine Dings? Meine Startup Waffe. So spannend war es aber schon lange nicht mehr, oder? Jungs? So einen Millimeter vorm Stern? Ich hab mich schon... Alter. Oh Baby! Ha, und. Hehehehehe... Hehehehe... Usually bad bad. Hehehehehehe... Misch. So lange. Um... Um... Uh... Hehehehe... Tja, liebe Streamsniper, wenn ihr jetzt nicht da steht, dann bin ich der Liga. Kaboom! Bitches! Ha? War ein netter kleiner Kampf. Schade, dass eure Jungs draufgegangen sind. Bringt nächstes Mal bitte ein paar mehr mit. Danke. So stelle ich mir das vor, meine Damen. Genau so. Äh, wir können weg. Jetzt gibt's noch eine Giddy und dann ist hier richtig Krawatte und Remi-Remi. Das kann ich dir. Noch sind welche am Leben, also weiter Action. Dankeschön.